Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Key Update Kompakt. OpenAI, Amazon & Anthropic, Adobe, Grok & Intel AI. Geschrieben von Anita Farke. OpenAI, OpenAI, das in San Francisco ansässige KI-Forschungslabor, hat kürzlich eine neue natürliche Sprachverarbeitungsschnittstelle vorgestellt. Diese Schnittstelle namens OpenAI Codex ist in der Lage, auf natürliche Anfragen in menschlicher Sprache zu reagieren und passenden Code in mehreren Programmiersprachen zu erstellen. Amazon & Anthropic, Amazon Web Services, ABS, hat Gerätequalifizierung und Management Services eingeführt, um die Einführung von KI im industriellen Maßstab zu beschleunigen. Währenddessen hat Anthropic, ein Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Verständlichkeit und Zuverlässigkeit von KI-Systemen konzentriert, eine umfangreiche Forschungsfinanzierung in Höhe von 124 Millionen Dollar angekündigt. Adobe. Adobe hat seine Bemühungen in der künstlichen Intelligenz durch die Einführung von Adobe Journey Optimizer verstärkt. Diese KI-gestützte Plattform hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen durch personalisierte Kundenerlebnisse zu verbessern. Grok & Intel AI Grok, ein KI-Startup, hat seine Groknet Computer Vision Plattform vorgestellt, die Bilder besser versteht und kontextualisiert. Groknet kann in der E-Commerce-Branche zur automatischen Kategorisierung von Produkten eingesetzt werden. Andererseits hat Intel AI seine neueste Generation an KI-Hardware und Software vorgestellt. Das Portfolio umfasst Hardware-Lösungen wie die Intel Server, spezifische Anwendungssoftware und umfassende KI-Lösungen für Unternehmen. Dieser Bericht zeigt, wie Firmen weltweit immer stärker auf KI setzen, um ihre Angebote zu verbessern und revolutionäre Lösungen auf den Markt zu bringen. Von auf natürliche Sprache reagierenden Schnittstellen bis hin zu KI-gesteuerten Kundenerlebnissen, der Einfluss von KI nimmt kontinuierlich zu. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.